Hallo, ich erzähle euch mal kurz, wie der Tag heute gelaufen ist. Also ich bin spontan hierher gekommen, weil meine Mutter das mal irgendwo im Internet oder mal von einer Frau in den draus gekriegt hat, keine Ahnung. Dann hat sie mich hier angemeldet. Das Ganze heißt Siefla. Das ist ein Projekt, wo Kinder sich beteiligen dürfen und sozusagen die Stadt erforschen sozusagen. Und dann haben wir als erstes die Sachen, also haben wir als erstes das gelbe Zelt dort aufgebaut, was ihr seht. Dann haben wir die ganzen Sachen reingestellt, die wir dazu brauchen. Und haben erstmal eine Mittagspause gemacht, wo alle essen durften. Und dann haben wir festgelegt, welche Regeln es gibt und welche Termine wann stattfinden und wo. Und dann haben wir uns nochmal das Clubgebäude gezeigt. Das sieht man jetzt nicht so ganz, aber ungefähr in der Richtung. Und ja.